Willkommen bei talentory.com, dem führenden Marktplatz für Unternehmen und Personalberater. Ihre Rekrutierungslösung aus einer Hand, die Ihnen mit einem Klick Zugang zu Hunderten von Personalberatern gibt. Bei Talentory haben Unternehmen stets die volle Kontrolle über ihren Rekrutierungsprozess. Sie schreiben ihre Mandate aus und bestimmen die Erfolgsprämie. Die besten spezialisierten Personalberater bewerben sich auf eine Zusammenarbeit? Unternehmen wählen den Personalberater, mit dem Sie zusammenarbeiten möchten? Die ausgewählten Personalberater liefern innerhalb kürzester Zeit erstklassige Kandidaten. Unternehmen bezahlen nur im Erfolgsfall die von Ihnen definierte Prämie. Lassen Sie uns zeigen, wie der Talentory Service in der Praxis funktioniert. Dafür loggen Sie sich zunächst in das System ein. Sobald Sie eingeloggt sind, gibt Ihnen das Talentory Cockpit einen schnellen Überblick über die wichtigsten Informationen, Ihre Mandate, Personalberater, mit denen Sie arbeiten, vorgeschlagene Kandidaten, To-Dos und private Nachrichten von Ihren Personalberatern. Lassen Sie uns mit dem Veröffentlichen der Vakanz eines Accountmanagers starten. Zuerst klicken Sie auf Mandat anlegen, fügen Sie den Titel und die Stellenbeschreibung ein, sowie die nötigen Qualifikationen und legen Sie die Höhe des Honorars fest, welches Sie bereit sind, für eine erfolgreiche Einstellung zu zahlen. Sobald die Erfolgsprämie 20 Prozent oder mehr beträgt, erhalten Sie eine dreimonatige Geld-zurück-Garantie. Darüber hinaus haben Sie bessere Chancen, dass die besten Personalberater für Sie arbeiten und Sie schon bald erstklassige Kandidaten erhalten. Nun wird das Mandat veröffentlicht und die Personalberater können sich bewerben. Sobald sich ein Personalberater auf das Mandat bewirbt, werden Sie per E-Mail benachrichtigt. Neben der E-Mail haben Sie jetzt auch ein To-Do, das Sie auf die Bewerbung des Personalberaters hinweist. Von Ihrem To-Do können Sie jederzeit einfach in das Mandat wechseln, um sich die akzeptierten Personalberater anzeigen zu lassen. Direkt nach der Freischaltung der Personalberater können diese Ihnen Kandidaten übermitteln. Sobald das erste Kandidatenprofil vorliegt, werden Sie wiederum per E-Mail benachrichtigt und erhalten ein neues To-Do. Jetzt können Sie in das Mandat reingehen und sich das Kandidatenprofil sowie die entsprechenden Anhänge ansehen. Nachdem Sie sich das Kandidatenprofil angeschaut haben, können Sie entscheiden, ob Sie den Kandidaten zum Interview einladen oder nicht qualifizierte Kandidaten ablehnen. Darüber hinaus können Sie dem Personalberater jederzeit ein Feedback zum Kandidaten geben, um die Trefferwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Sobald Sie Ihre Kandidatenauswahl getroffen haben, können Sie dem Personalberater eine persönliche Nachricht senden, um die Interviewtermine zu koordinieren. Sobald der Interviewtermin vereinbart ist, können Sie dies im System abbilden und aus dem System in Ihren Kalender übertragen. Wie gewöhnlich führen Sie dann die Gespräche mit den Kandidaten, um den richtigen für Ihr Unternehmen zu finden. Wenn Sie dem Kandidaten ein Angebot gemacht haben und dieses akzeptiert wurde, können Sie den Schritt im System abbilden. Klicken Sie auf Einstellen und das Mandat wird erfolgreich geschlossen. Alle Beteiligten erhalten dann eine Benachrichtigung per E-Mail. Talentory gibt Ihnen Zugang zu einem großen Netzwerk an Personalberatern, verschlankt Ihre Recruiting-Prozesse und spart Zeit und Kosten. Besuchen Sie talentory.com oder rufen Sie uns an, um unseren Service nutzen zu können.